So, nichts verpasst. Weiter geht's. Also hier sehe ich drei Bauern. Das hier vorne werden wohl Fernkämpfer sein. Ne, das ist halt Schwert. Ne, Schwerträger haben die Römer nicht. Die werden wohl Fernkämpfer sein. Na, zwei Kavallerie-Division und... Na, die wollen auf den Hügel. Ja, Bogenschützen, klar, doch. Ja, Bogenschützen, Infanterie, doch Spährträger. Hier auch. Ja, Bogenschützen. Aber jetzt hier was? Ihr könnt nicht meinen. Jetzt sind sie dran. Ja, die Giganten treffen aufeinander. Der feindliche Krieg, der zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsere Krieger würden eher sterben, als zu fliehen. Nein, den müssen wir noch kriegen. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Ja! Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Der feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Jagt und tötet sie alle. Nein, das lassen wir eben. Der feind würde völlig vernichtet. Ein äußerst würdiger Sieg. Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist der feind jetzt besiegt, weil er ja nicht fliehen kann. So stand das da jedenfalls. Gut, dann habe ich es voll verstanden. So eine Scheiße. Na egal, vier Runden. In der nächsten Schlacht werde ich sie dann weghauen. Naja, okay, das war es dann erstmal hier wieder. Ähm, ja. Das war es. Dann bis zum nächsten Mal. Hier sind Rebellen. Die machen die gleich platt. Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Worm Total War. Bei Barbarian Animation. Bis dann, haut rein. Macht es gut. Und genießt das schöne Wetter draußen. Ciao.